Eine Frau hat eine Menstruation, eine Menstruation oder ein Mädchen machen. Nach der Geburt, nach der Menstruation, nach dem Sex, nach der Eaküation schlafen, dann schlafen Sie ein Traum und Eaküation. 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 Du musst Tuschen. Eaküation. 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 Du kannst das aufhören. Eaküation. Einfach nicht abhalts. Und alle Körper. Drei. Eaküation. Drei. Von dem. Drei. Drei. Wenn ihr in der Toilette geht, dann wird ihr mit der Toilette nicht schlafen. Dann wird ihr in der Toilette geblieben. Das ist ein Tissue. Ja, genau. Schau dir das für dich. Du musst es schau dir das für dich. Du hast es für dich. Du hast es? In der Name der Gott. Ja, genau. Das ist einfach. Jetzt bist du neu. Ja. Okay. Jetzt ist dein Gesicht. Schau dir das? Ja. Schau dir das? Ja, deine Hände. Ja, deine Hände. Genau. Und jetzt deine Hände. Ja. Ja. Ja, deine Hände. Ja. Ja. Na, deine Hände. Ja. 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 Na, deine Hände. Ja. 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 Ich bin ein Muslim und wir kommen hier in Mosche, in Ramadan. Ich bin immer in den Koran, in den 16 Jahren zusammen und in den 18 Jahren zusammen, nach dem 18 Jahren. Ich habe auch ein Dua für alle Muslimen und auch in der Nähe des Trauers. Ja, das ist inshallah. Ramadan. Ramadan ist schön, wenn wir alle Menschen und alle Menschen sind. Das ist das Geheimnis und das ist das Geheimnis für alle Muslimen. Das ist das Geheimnis und das Geheimnis und das Geheimnis. Und das ist das Geheimnis und das Geheimnis. Ich hoffe, dass alle Menschen auf dem Ramadan gefeiert sind. Das ist das Geheimnis und das Geheimnis und das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Jetzt kommt die Suppe. Langsam, langsam. Ich darf das trinken. Ich bin vor mir werfen, sagen wir auch immer Bismillah. 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 Amen. 12 Monate und 1 Monate, dass Allah gebt, nur für Allah, mach Ramadan, diese Monate und Allah sagt, Muslim, mach Ramadan. Das ist gut. Das sagt, nur Muslim, obligatorisch muss machen, nur diese Monate, diese sehr gut, ist wunderbar, Ramadan, MashaAllah, und diese Monate nur Allah gebetet, und, und, äh, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. MashaAllah. Nein, das ist gut. In der Ich habe eine große Rolle, die wir in der Zeit haben. Wir haben die Menschen, die Menschen, die Menschen in der Gesellschaft sind. Ich habe die Menschen nicht nur die Menschen, die Menschen, die Menschen in der Gesellschaft sind. Was ist das? Wenn ihr schon seid, wenn ihr schon seid, dann ist es ein Schrauber. Nein, nein... Sie haben keinen Schrauber. Was ist deine Obligation in der Udemy? Für den Morgen? Für die Nacht. Von der Zeit bis zur Nacht. Normalerweise we just pray before we drink. So we don't pray like 3 times a day. No, we don't do that. I don't know. We pray 5 times. Only Sabbath, Shabbat, Shabbat. Shabbat? Shabbat. Bismillahirrahmanirrahim. 121 requirement. 3 ss Und wir sind in den Schrauben und wir sind in den Schrauben und wir sind in den Schrauben. Ja, wir lernen auch ein bisschen arme Menschen und dann ist nicht Ramadan für Hunger nur. Wenn dann Ramadan ist, macht Muskeln gut und dann denken für andere. Danke für Allah. Ja, und danke für Allah. Die Sünde. Ja, und weden im Koran und Gesundheit auch. Und auch, inshallah, Sünde vergeben. Inshallah. Barakallahu Fidham. Jazakallah. Ja, Mach, der Weidee. Oh, ich will sie mir nicht mehr sein. Ja, ich will die词. Wenn sie mir nicht mehr wissen, Sie sprechen diejenigen aus dem Ausgabe, der sie sich in diesem Ausgabe nicht mehr zu tun und flavours sind. Ja, ich will sie sehen. Diejenigen, die aus dem Ausgabe sind, die sie sind. Diejenigen, die denen diejenigen schüttern, die ihnen von ihnen sind, Sie sind und vor diesen Ausgabe sind. Diejenigen, sie die Frage nicht mehr, dass sie sagen, oder auch auf der ça, die es übertrieben sind. وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع قيرا فهو قير له وأن تسوموا قير لكم لعلئي كنتم تعلمون وأن تسوموا قيرا فهو قيرا الحمدلله